Gibt's Fernkämpfer? Spinnen! Spinnen! Ich hab ganz tolle Hunger! Wie spät ist es denn? Äh, tiefste Dunkelheit natürlich. Aber ich hab nichts zu essen dabei, ein bisschen. Ach, du bist da unten, ne? Jaja, ich hab das letzte Mal die Spinnen weggemacht. Das sind hier wieder... ...ganze viele. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es manchmal... ...entweder zurückgesetzt wird, manche sagen, wenn man auslockt. Oder es ist... ...es läuft einfach doch die Zeit irgendwie weiter. Ja, keine Ahnung. Kann man den Stream jetzt anmachen. So. Allerdings heute ohne Kamera. Anja will nicht ins Fernsehen. Hallo Anja. Hallo Anja. Hallo Stefan. Ich hab das auch in diesem gelangweilten Ton gesagt. Ne. Ich hab nur gewartet, ob du's hörst oder nicht. Achso, ne hab ich nicht. So. Dann schau ich... ...deins Flügel mit. Dann kann ich nämlich... ... bisschen rausten. Tja. Tja. Ich hab hier übrigens ein Lager, eine steinerne Feuerstelle hingebaut. Hier oben. Okay. Ist gut. Weil... Ich weiß gar nicht mehr warum. Ach ja genau, weil ich... ...weil ich dieses... ...diese Felsformation kaputt gemacht hab. Auf der... ...die Strickleiter raus kam. Und dann kam man nicht mehr rauf. Und deswegen musste ich ne Treppe hin bauen. Und die konnte man nur bauen, weil man... ...wenn man ein Lagerverein gebaut hat. Mhm. Mhm. Okay. So. Fag ich mich hier rein... ...wenn ich hier raus. Ist... Ist es hier nicht total kalt, da unten? Ach, jetzt wird's kurz kalt. Ne, da innen drin war's nicht kalt. Weil hier eigentlich... Jetzt wird's kalt. Eigentlich müsste es super kalt sein die ganze Zeit. Ne, hier ist es nicht kalt. Cool. Ich weiß aber nicht, warum's hier nicht kalt ist. Vielleicht weil wir schon so tief sind, dass es warm wird wieder. Ja, ich bin ja... Wollt ja kurz rauslaufen und da war's dann. Man kann beim Klettern... ...eine... ...eine Strickleiter anbauen. Cool. Also sobald ich den Raum hier verlass, wird's schon kalt. Ist da ein Raum? Ja, da wo halt die Spinnen waren. So eine Erdspinnenhöhle. Was ist das? Achso, ich dachte so ein... ...oder so ein... ...ein... ...Vorpost. Ja, kein... kein Haus. Schade. Ne. Bisschen Zinn ist hier... ...und ich muss halt immer jetzt... Gibt's hier weiter, oder? Ne... Mein Zwerg möchte anscheinend nicht singen, wenn dann kalt ist. Ich weiß nicht, ob's hier irgendwie weitergeht. Jetzt haben wir gerade Zinnerz... ...Granat... ...Granate... ...Granaten... ...Granaten muss das sein. Soll ich die Spinneneier kaputt machen? Ähm... So... ...Kannst du auch machen, denke ich. Na, Gansch, Gansch. Spawnen Spinnen... ...auch wenn du das machst. Spawnen die Spinnen nicht, wenn man's nicht... ...also... ...weißt schon... ...macht's einen Unterschied. Weiß ich nicht. Mein Inventar ist voll. Ach! Ja, weil ich ganz viel Lara-Ausrüstung eingestopft habe. Wollt mal schauen, wo's hier weitergeht. Wo's denn Sinn macht. Wieso hab ich eigentlich kein Licht? Rhythmika zu holen. Dabei hatte ich irgendwie kein Licht. Hier ist doch kein Licht. Hier ist doch kein Licht. Ich hab ein Licht hier am Helm. Achso, stimmt. Und ich bin die... ...und... ...als ich grad die Schwert... ...äh... ...die... ...Axt rausgeholt hab, um zu kämpfen. Was hat man mit du? Ich glaub von hier geht's nicht weiter, oder? Nee, ich da auch nicht. Warte mal. Ich hab jetzt wahnsinnig viel Zinn wieder in der Tasche. Ich weiß gar nicht... ...was ich damit soll. Mitnehmen. Brauchen wir bestimmt. Wenn wir so viel Zinn brauchen, glaub ich nicht. Doch. Wenn wir bei uns noch Zinn... ...wass mal abbauen können. Da hinten geht's weiter, glaub ich. Hier müssen wir rüber. Meinst du... ...meinst du mit unten, oder? Nee, ja da... ...warte... ...ich kann dir das... ...ah... ...nein? Ja, warum wollte ich nicht? Irgendwie konnte man doch... ...da! Was ist das? Was ist das? Da hinten ist ne große Höhle da. Ja, da ist aber halt auch überall dieser... ...lila Schatten. Ja, das ist unangenehm. Aber ich glaub anders geht's gar nicht. Na, nach unten könnte man noch... ...ins Loch rein, aber da ist halt auch überall der Schatten. Aber rand. Nee, da hinten ist kein Schatten. Ja, aber... Ja, am Rand schon, aber... Kann man den Schatten nicht... ...kann man nicht zumachen, oder? Vorsicht. Kann man den zumachen? Wie zumachen? Ja, wie... ...mit dem... ...also... ...zuschütten mit der Axt... ...spitze, gell? Achso. Achso, dass du den... Ah, das ist doch quasi die Quelle zu... ...über den Gaszeilen. Mhm. Ich glaub das ist rot hier. Das kann ich da nicht verbauen. Wir müssen ne Stütze bauen. Keine Stütze bauen. Hm. Hm. Plat-V, kleine Plat-V. Schattenfluch. Den kennen wir doch aus äh... ...dem anderen Spiel. Okay, der macht immer eins Schaden. Hm. Ja. Ich bin grad überfordert mit dem Menü hier. Warte. Hm. Die Frage ist wie weit? Ach, das ist ja blöd. Wenn's rot ist, bricht's zusammen. Ja, aber ne ist ja gar nicht rot. Kannst du hier noch ein paar hauen? Also hier ist rot. Die Plattform. Da bricht's zusammen? Ah, ja. Aber das ist jetzt ja gar kein... Da geht's. ...problem. Ja, genau. Das meinte ich ja. Dann... Siehst du eigentlich mein Ding? Wie ich baue? Nee. Liegst du an Schattenflug? Ja. Das ist nicht so gut. Ja, der ist überall... Ich glaub hier nicht mehr. Ich bin nur noch infiziert. Karten Tisch. Hier ist ne Treppe, ne Leiterz. Wir haben nur einen Karten Tisch. Karten Tisch? Was bringt der? Schwarze Diamanten vielleicht. Karten Stein meinst du, oder? Jaja, genau. Ja, bau mal den mal unten. Boah. Das ist für den... Das ist noch... Das ist der über 60. Klaff da jetzt weiter runter. Bis wir in den Niedertiefen sind. Ich glaub da müssen wir hin. Ich glaub da ist auch so'n... So'n Stein... Den wir aufbereiten können. Einser! Monster ist in the air! Du hast Monster gefunden? Ja, Flieger Mous. Wie bist du eigentlich da unten? Einfach da eine der Dinge zwischen dem Loch da runter gehüpft, oder was hast du gemacht? Ähm, ich bin einfach immer weiter runter. Da ist, nee, da ist ne... Warte, ich zeig's gleich. Da ist ne Stickleiter links, äh, rechts von dir. Ah, blöde Flieger Mous. Ach da. Nee, da ist noch eine. Ist aber gut. Bist du ne Stickleiter? Nee. Bist du da noch mehr Stickleiter dann, oder? Nee, man muss von hier. Bist du dann gesprungen? Dann bin ich versprochen. Okay. Also, beziehungsweise, nee, du kannst zu mir rüberkommen. Oder du gehst da unten was. Oh, ja. Oh, was ist das denn? Neuer Pilz. Hey? Soweit. Okay, geht's gar nicht. Hier ist ein Kartenstein. Nee, Zaubererzeichen. Ein Weg... Nämlich einen schwarzen Diamanten, oder? Hinab in die Tiefen. Die Luft trägt einen Hauch Fäulnis in sich. Ein Zauberer sucht Shrine. Ja, nein. Ich hab, ähm... Ähm... Wir finden da unten bestimmt welche. Ein Fackle Salosh. Ähm... Wann hab ich jetzt... Ich hab Hunger. Was? Hast du noch Naturfaser zum... Leiternbau? Jaja, hier sind noch Spinnen. Die geben dir auch welche, wenn du willst. Ich muss mal kurz was essen. Nein, ich will's nicht fallen lassen. Was ist sonst was? Ach. Spinnenseite, Spinnenseite... Achso, das ist Naturfaser. Gut, gut. Kommt gerade recht. Nein. Ich bin hier. Oh, geht's da weiter, meinst du? Ah! Ja. Da ging's weiter. Oh. Anger! Und wie leuchtet war nicht so richtig? Ich bin sicher. Ups. Ich hab den aufgehoben. Das war kein Leuchtstein, oder? Aber nur war Quatsch. Ah, glü-glüht, äh... Wie der Mond, wenn es Licht ausgesetzt wird. Hübsch. Ich kann bestimmt irgendwie Deko draus bauen. Ich... Ich... Hier liegt noch... Hier liegt noch Naturwasser, aber das kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Weil ich voll bin. Pass auf, nicht so viel. Hä? Das stimmt nicht. Das kann ich jetzt hier nicht hinbauen. Man weiß es nicht. Irgendwie geht das nicht. Irgendwie kann man hier nicht hinbauen. Stimmt, man kann hier irgendwie nicht hinbauen. Das ist Wasser. Da unten? Bestimmt das Wasser. Ob wir schwimmen können, als wir können schwimmen. Au. Ich weiß es nicht. Ich wollte hier auf den... ...Kristall und schaue nur, ob ich hier unten... ...ist das eine gute Idee. Hm! Ist das eine gute Idee? Ooooooooooh. Oh. Ähm. Das ist dann eine gute Idee. Wenn man auf dieser Plattform dann... ...stehen bleibt? Da stand schon jemand Und dem bin ich runtergerutscht Hunderttausend Schaden darf ich richtig Ich werd mir Mühe geben Nein, mein Rucksack liegt ja dann eh unten Glaub ich Ich bin ein gefallener Zwerg Ganz schön weit gefallen Du musst dich abrollen, wenn du unten aufschlägst, dann passiert dir nichts Stimmt, das hätte ich sogar probieren können Da hab ich nicht dran gedacht Oh, da ist der Ach, wir brauchen gar keine Diamanten Wir können den Kartenstein einfach so reparieren Das ist sehr gut Das Spielen ist sehr angenehm Muss ich sagen, in solchen Sachen Ja Sehr schön Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo ein Feuerchen machen, oder? Wobei, eigentlich müssen wir das Eigentlich müssen wir das ja gar nicht Weil wir können ja Ja Hast du Kohle dabei? Noch? Ich hab noch eine Kohle Wollen wir auch nicht Machen wir uns jetzt erstmal Licht hier Wollen sehen cool aus, wenn du im Wasser stehst Oder ins Wasser gehst Wasser überhaupt zieht Mhm Nicht ganz verkehrt aus So, was haben wir hier? Nischt Ach, hier ist eine Wand zum Durchbuddeln Ach, hier ist eine Wand zum Durchbuddeln Naja Ich hätte gerne eine Buckle ins Wasser gestellt, aber das darf man nicht Was haben wir hier? Silbererz Silbererz, okay Silbererz, okay Hier ist eine Statue Hier ist eine Statue Wollen wir die schon reparieren? Oh, hier ist ein Schattenfall Oh, hier ist ein Schattenfall Harenbrust Ah, Boss Klingt gut Klingt doch nach Orks War noch mehr Silbererz Das wir auch noch nicht abbauen können Nö Verzweiflung Verzweiflung Achso, vielleicht soll ich Mal Licht machen Oh, das sieht ja schön aus hier Oh, das sieht ja schön aus hier Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh War das jetzt alles was wir von dem Granitding bekommen oder was? Ich habe hier ja gerade Graniterz gefunden, aber Bekachelte Feuerstelle, ja Wenn wir die bauen, können wir bestimmt was Neues machen Ja, aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass man hier das eine Ding findet, oder? Ich meine, wir haben noch kein Wanderfass gebaut, vielleicht hilft Ich glaube zwar nicht, dass uns das hilft, aber Wäre ja nicht verkehrt, das zu bauen Ne Jetzt bauen wir uns hier erstmal ein schönes Lager hin Ich weiß doch nicht, ob uns der Erigion Speer irgendwas helfen würde Wenn wir hier irgendwo was bauen Oh, ich habe, ich habe das U-Bass am Holz gefunden Kannst du das abbauen auch? Ja, das liegt hier, das kommt aus diesen Pilzen hier raus Ich kann es nicht aufheben Hier liegt es Ich habe so viel Zinn in der Tasche Ein Webstuhl Ja, ja Also hast du den Pilz abgehackt, oder was? Ah, okay Ah, okay Jetzt erst mal es wird es nicht Machen wir noch mehr? So Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter, weil Das Ding hier gibt nicht so viel her Das ist mir in den Taschen wieder voll Das ist mir in den Taschen wieder voll Pfff Das war gar nicht so viel Das hier Doch mal die Pilze wachsen nach Ich gehe mal davon aus Wofür hat man das Holz drin gebraucht? Nochmal für... Die Spitzhanke, oder? Oder fügerisch Oder fügerisch Flammpilz. 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 Hast du den aufgehoben, den Flammpilz? Den Flammpilz hab ich aufgehoben. Okay. So. Flammpilz. Also wir können hier in alle Richtungen eigentlich weiter. Da hinten sind Orks. Da ist noch ne Statue zum Restaurieren. Mhm. Das ist ein Giftpilz. Rieche Schaden bei dem Giftpilz? Oh ja. Ich bin vergiftet. Oh nein. Ich hab ihn nicht gegessen. Ich hab viel zu viele Stunden im Inventar. Ich glaub ich geh doch mal kurz zurück und mach mein Inventar frei. Ich will das jetzt einmal... Ich will eigentlich nur... Irgendwo ne... ne Basiscamp errichten. Wo man dann das Zeug hinlegen kann und so. Aber ich find einfach keine gute Stelle. Vielleicht ist am Anfang doch da einfach... da wo der Kartenstein ist oder so. Die Darkest Deeps. The best spot to find precious gems. Kittelstein. Kann ich nicht mehr Moosbären als acht Moosbären mitnehmen? Wicke shit. Hä? Das ist wieder so. Ah ok. Eine Fehler. Ja da vorne nicht jetzt wo du bist oder was? Ne geht's nicht weiter. Ja aber du kannst jetzt trotzdem hier... Hier kann man ja was hinbauen. Soll man hier was hinbauen? Die ist ganz hübsch eigentlich ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht ob's überhaupt Sinn macht hier was... Also... Wenn wir den Kartenstein da vorne eh haben... Wie... Hast du den Pilz mal abgebaut? Schon wieder vergiftet. Nee... Ich... Hab den zweiten Vergiftungspilz jetzt gar nicht gesehen. Ich bin schon wieder vergiftet. Oh was war da? Hier ist eine Garins-Muzan-Kahn-Statouette. Die sollten wir mitnehmen. Hab ich noch keinen Platz. Hab ich schon zwei. Ja. Aber dann... Die doch auch noch mit. Dann haben wir schon drei. Und wir brauchen vier bestimmt. Aber ich muss... Ich sterb fast. Ich hab auch nichts mehr zum Essen. Du kannst hier auch was zu essen haben von mir. Schau mal hier. Mein Inventar ist voll. Ich möchte zurück. Hier ist die Stadt. Geht's zurück. Ich hab die. Wo? Direkt vor mir. Ne. Hä? Na dann nehm ich die. Gut. Du willst zurück? Ja dann... So. Oder wir bauen jetzt den Lara. Ach da vorne ist... Der eklige Nebel, ne? Ja dann bauen wir da wo... Ist da auch noch irgendwas? Die Pilze sind das Lara hin. Hast du Kohle? Nein. Nichts. Dann wird das schwierig. Ist das da vorne Kohle? Das schwarze an der Wand? Silbererz. Israt Granit. Äh Israt Granit. Ja wir brauchen irgendwas um das abzubauen. Das gibt's doch gar nicht. Da musst du mal irgendwo dran was finden mit dem man das Zeug abbauen kann. Silbererz da oben. Rein in den Krugel. Verdammt nochmal. Ach. Ja können wir mit dem linken Bananenholz das nicht bauen? Ach. Was ich... Ähm... Ich. Was können wir damit bauen? Ne, mit besserem Spitzhockey. Ich schau grad was man damit bauen kann. Ich glaub damit konnte man... Wir haben auch nur das Rezept für die Stahlspitzhacke. Wir haben kein... Rezept für eine bessere Spitzhacke glaub ich. Mit dem Spitzhacke der Zeitalter oder sowas. Hä bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Und dann? Dann hätten wir noch einen Kartenstein oder was? Ne, dann... Wir brauchen einen schwarzen Diamanten für die Spitzhacke. Achso. Ich weiß gar nicht... Jetzt bin ich wieder über so eine Statue drüber gelaufen. Da ist meine. Hm. Ich schätze wir müssen die bauen damit wir überhaupt weiterkommen irgendwo. Ja ja wir werden das ganze Erz und Silber und so weiter brauchen. Okay dann bauen wir jetzt doch hier in das Häuschen dann ein Lager rein. Wenn wir das so können. Wenn wir das so können... Wenn wir irgendwas bauen... Wenn wir das so können... Ich glaube wir haben oben keinen... den flammenpilz eigentlich essen es geht nicht der ritter müssen mit dem karten stein ist hoch kohle holen anders geht es jetzt nicht ich schau mal ganz kurz noch hier über was ist da noch da ist so eine ganze gift ansammlung dann hole ich mal das zeug zum lager bauen äh wo war der karten stein äh der war doch hier der ist doch ah da so 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 dann muss ich erstmal irgendwas ablegen das ist voll so so man kann mit dem flammenpilz auch die schmiede anfeuern cool cool so 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 Ich gucke mir einfach welches. Jo. Aber erst. Ich schnall die Kiste hier ein bisschen, äh, meine Sachen noch ein bisschen sortieren. Wir brauchen hier eh noch eine Kiste, oder? Kann das sein? Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Ach, das ist das andere Holz. Da rein, da rein, da rein, da rein. Warum ist hier nicht so viel Gold in der Truhe? Das kann doch alles in unserem Schatz hier. Jetzt ist er voll. Unser bescheidener Schatz ist schon voll. Das ist ein bisschen, da ist ein bisschen. Oh, für irgendwas habe ich jetzt ein schwarzes Tier. Ach, Herr, für die Spitzhache, ich bin druckig. Was bringen uns eigentlich diese Tagebuchseiten des Waldläufers? Das Wissen des Waldläufers zu erlangen, ja, aber... Das ist ein bisschen... Ich liebe das. Ich hab schon irgendwo Kupfer erzten Oh wir haben ihn angegriffen Monster in the air 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 Da man nicht vorstellt. Jetzt hab ich die Nacht durchgemacht. Ja, ich hab doch gehört, so. Okay, das Ding nervt mich hier. So, X. So, X. Da muss ich nur mal alles Holz. Ich hoffe, vielleicht geht das besser. Wieder nicht. Kannst du auch nicht. Können wir den nicht auswählen? Oder ist das... Ah. Ist zu eng hier. Wir brauchen mehr Platz. Ja, ich glaube auch, wir müssen das hier erweitern. Der macht schon der Morgen. Und trotzdem schlafen und dann runter, oder? Ich weiß nicht, ich bin noch überhaupt nicht vorbereitet. Ich hab noch viel zu viel. Ja, dann geh ich jetzt mal Holz voll schnell. Krims und Krams hier in der Tasche. Ich hab Holz in der Tasche. Ja, aber nicht den... Ne, Usamba. Weißt du was? Ich nehm jetzt Kohle mit und dann bauen wir unten ein Lager. Ein Lagerfeuer erstmal hin. Dann können wir da Truhen hin machen. Ich hab noch mehr Kohle mit. Eigentlich ein Lager. Ach, Quatsch. Was ist denn? Ach, Quatsch. Dann baue ich jetzt da unten schön großes Lager und dann können wir da auch gleich noch so eine tolle Feuerstelle hin machen. Ich weiß nicht mehr auf welcher Seite wir lang sind. Ah, hier geht es gar nicht weiter. Okay, dann war es nicht hier. Richtung Pilgerbieg, oder? Ja. Das ist richtig. Ich bin hier so schön. ist wirklich geblos ein bisschen holz den ganzen ist doch schönes plätzchen platz nein ein bisschen zu viel weggeräumt jetzt dann reiß doch ein reiß ein die höhle mache ich alles mal alles weg die säule brauchen auch nicht mehr hier bin erschöpft keine energie mehr ausdauer regeneriert extrem langsam muss rasten wir können hier unten auch hast du gleich hilf mir doch bei der säule mal kurz stelle ich nicht so an du hast doch ein helm auf dann haben wir nämlich hier auch richtig platz wenn ich gleichzeitig reparieren somit die treppe lassen und dann noch eine zweite etage das war eine kleine feuerstelle ist gar nicht ist das gut ist das blöd ne der feuersteller ja sag mal kannst du die blöde ne ich kann die freder muss ich fragen ich treffe die nicht direkt über mir hast du getroffen ne treffe die nicht ja ich sehe ich auch nicht von hier unten die macht uns fertig passt ich mach hier mal neben die feuerstelle ein doppelbett das sieht schön okay aus und dann mach ich hier mal bisschen wendig oh granitwende aber dafür gibt es hier noch zu wenig ein pier kann man bauen lass mal schlafen kann ich jetzt hier wir haben aber nichts zu essen hier da können wir die pilze so kochen könnten uns oben den den bier buff noch holen ich baue jetzt erstmal hier schlaf dann hier unten notfalls okay dann hole ich mir den bier waffen allein mach das ach diese komische säule liegt dann auch weg das ist eh hoch ich brauch die die horden kommen na toll ich hab noch meine wände hingebaut greifen die schon an oder was ja jetzt kommen jetzt zu mir ich brauch nicht kommen ich hab also ich komm gleich aber ich bin halt müde also ich hab echt keine energie ich kann nicht ich kann zweimal schlagen und dann brauch ich zehn sekunden bis ich wieder hin zu schlafen boah ich mach eine bessere waffe ich krieg die nicht klein hier ich glaub wir sollten erstmal zurück und uns oben ein bisschen bessere waffen ich weiß nicht ob ich die karten schon benutzen kann wenn die nicht fallen weiß ich auch nicht ich weiß auch wann ich war na gut wenn du mich hier alleine lässt muss ich wegkennen ich kann hä ich bin jetzt zurück jetzt bin ich nicht mehr müde cool ich komme ich eile läufst du dich zum kartenstein oder läufst du da unten ne ich lauf mich zum kartenstein aber ich will nicht in die Suppe rein die ist nämlich gleich hier bei mir hä wo hast du diesen edelsteinschleifer hin der ist jetzt der muss neben die schmiede das zählt nicht mehr ich kann das nicht mehr bauen achso ja da steht er irgendwo ich bin tot ich hab gedacht du läufst weg ja hab ich versucht ich bin jetzt in den nebel reingelaufen und war tot da bist du in welchem nebel da ist doch gar kein nebel doch da ist ein nebel aber die horde ist jetzt auch weg die haben sich damit zufrieden gegeben ne der steht da noch hält der so viel aus aber ist das D-Metallteile was ist das denn jetzt war es den blauplan jetzt hier wir müssen ich denke wir sind hier viel zu weit im moment wir müssen erst mal oben das ganze silber und so abbauen ja aber ich würde das zeug erstmal oben abbauen und schauen was wir da an ausrüstung kriegen jetzt hoch ich habe die spitzhacke immer noch nicht weil ich nicht weiß wo der edelsteinschleifer steht ja ich weiß auch nicht wo ich den eingebaut habe den habe ich ich habe mir jetzt auf die schnelle nicht gesehen und dann bin ich gleich wieder runter der hat nämlich so ein blaues zeichen über dem kopf gehabt als hätte man ihn benutzen können aber ich habe ihn nicht anwählen können deswegen habe ich ihn immer woanders hingebaut damit ich anwählen kann hast du ihn abgerissen ja ich habe ihn abgerissen und noch mal hingestellt sind draußen hingestellt er denn nicht keine ahnung wo der steht so groß ist das ding jetzt hier eigentlich gar nicht das so ein rad dann habe ich den nicht wieder gebaut ich bin nur abgerissen dann baue ich ihn jetzt noch mal schnell wenn wir in der rindrup holz hast kann ich hier unten auch gleich noch einen bauen weiß ich was du meinst nicht heute not bei dir oder bei mir bei mir nicht ich habe keine meldung nicht Was ist denn so ein Scherz? Die Fahrer geben hier den Silber. Das war's. 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 Wir müssen. Das war's. 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 Was. Das war's. Das war's. Und unten. Das war's. 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 Das war's.